Ich habe in den letzten Monaten verschiedene Trading-Strategien auf Pionix getestet, unter anderem das Grid-Trading und so viel sei schon eingangs verraten, die Performance kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Als Beispiel bei Bitcoin über 100% im Plus in den letzten Monaten, obwohl der Kurs deutlich weniger Rendite abgeworfen hat, bei Ethereum sogar noch interessanter. Der Kurs liegt unter unserem Entry und trotzdem sind wir hier im Profit. Hier hinter steht ein Bot, aber kein klassischer Bot, wo man einfach nur irgendwie Geld reinschmeißt und da werden Renditen versprochen. Da steckt noch einiges mehr hinter, deswegen werden wir einmal ganz genau darüber sprechen, wie das Grid-Trading im Detail funktioniert, welche Einstellungen ich genutzt habe, um diese Renditen in den vergangenen Monaten einfahren zu können. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Risiken, überall wo es Renditen zu holen gibt, gibt es immer auch ein Risiko, deswegen werden wir auch darüber transparent sprechen, aber natürlich auch über die Chancen, die sich hier aus dieser Strategie ergeben und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Beginnen wir erstmal mit dem wesentlichen Unterschied zwischen einem Grid-Trading-Bot und einem klassischen Trading-Bot. Diejenigen, die mich länger verfolgen, die wissen, ich bin eigentlich ein großer Kritiker von Trading-Bots, das hat auch einen ganz einfachen Grund, weil oft ist es einfach Scam, ich glaube 99,99% der Fälle, wo einfach irgendwelche Renditen versprochen werden und da geht es vor allem darum, dass man einfach nur Kapital reinbringt und dann macht angeblich der Trading-Bot alles und man kriegt irgendwelche Renditen. Ihr müsst euch eine Sache vorstellen, wenn vor allem bei solchen komplett automatisierten Trading-Bots es so funktionieren würde, dann bräuchten diejenigen, die diesen Bot hergestellt haben, nicht euer Kapital. Bei Grid-Trading sieht das Ganze so ein bisschen anders aus. Ihr müsst vor allem eine Sache erstmal entscheiden, steigt der Kurs oder fällt der Kurs? Das ist erstmal eine Option für euch, die der Bot für euch nicht übernehmen kann. Also ihr müsst den Markt schon irgendwie so ein bisschen einschätzen können über die nächsten Wochen oder zumindest so lange, wie ihr den Trading-Bot nutzen wollt. Ihr seht es hier in dieser Grafik, das ist ein Beispiel für einen Long-Grid-Trading-Bot, wo einfach unter dem Kurs Buy-Order gesetzt werden, also ähnlich wie bei einem Sparplan und über dem Kurs einfach Sell-Order rein platziert werden. Und durch die Kursschwankungen kann man dann Profite automatisiert einfahren. Das Wichtige ist, wie gesagt, man muss sich für eine Richtung erstmal entscheiden. Wir haben in der Vergangenheit, wo der Kurs noch bei 67.000 US-Dollar war, das ist schon ein paar Monate her, uns Long eingestellt. Und die Rendite seht ihr hier 106%. Das Interessante ist, dass der Bitcoin-Kurs seitdem, ich habe es mal hier eingezeichnet, wo der Start hier war, nur in die Spitze 50% Rendite gemacht hat. Bei Ethereum ist es sogar noch ein bisschen krasser, weil der Kurs, wo wir angefangen haben, bei 3.400 stand und der Kurs aktuell unter 3.300 steht und wir sind ja Long gegangen, hat er durch die ganzen Kursschwankungen die Profite eingefahren und wir sind insgesamt 20% hier im Plus. Auf der anderen Seite, wenn man über das Risiko spricht, natürlich, wenn man auf der falschen Seite liegt, hat man irgendwann auch einen Liquidierungspreis. Man hat eine Preisspanne, wo dann der Bot irgendwann auch nicht mehr ausgeführt wird. Dazu kommen wir gleich aber noch und ihr seht es vor allem auch hier in der Bitcoin-Position, weil wir hier oben reingegangen sind bei 66.000 US-Dollar und sind dann unter 50.000 US-Dollar gefallen, waren wir zwischenzeitlich auch im Minus mit der Position. Aber wie gesagt, diese Dips wurden dann entsprechend gekauft und das war hier vom Vorteil, vor allem über einen längeren Zeitraum gesehen. Und in der Praxis sieht das Ganze dann so aus, hier im Bitcoin-Chart als Beispiel. Die ganzen grünen Linien hier sind die Kauforder, die schon automatisiert platziert sind und die roten Linien sind die Verkaufsorder und durch diese Schwankungen kann man die Profite einfahren. Und mehr ist es eigentlich auch nicht, was hinter dieser Strategie steckt. Also tief kaufen, hoch verkaufen bei der Long-Strategie, dadurch die Profite erzielen. Andersrum natürlich, wenn man auf sinkende Kurse setzen möchte und da irgendwie jetzt den Eindruck hat, die Kurse werden jetzt fallen. Und das geht natürlich nicht nur für Bitcoin, das geht auch für alle anderen Coins, alle anderen Altcoins. Ihr geht hier einmal auf die Futures und das Future Grid Trading. Dazu kommen wir gleich, wie man das genau einstellt. Wenn ihr euch da anmelden möchtet, schaut mal gerne in die Videobeschreibung rein. Da könnt ihr euch einmal anmelden, bekommt einmal für die Verifizierung schon 100 Dollar als Bonus für den Bot. Könnt das einmal mit diesem Trading Bonus hier ausprobieren, nur mal um das Ganze zu testen. Und wenn ihr einzahlen möchtet, kriegt ihr auch einen 300 Dollar Bonus für die erste Einzahlung über 500 US-Dollar. Also falls euch das interessiert, schaut mal gerne in die Videobeschreibung. Dort findet ihr das Ganze und unterstützt natürlich auch hier den Kanal. Wenn ihr euch angemeldet habt, könnt ihr oben hier auf Wallet gehen und dann auf Einzahlung. Ganz wichtig, das ist immer meine Empfehlung, solche Trading Plattformen sollte man nicht als Fiat Gateway nutzen, um auch einfach das mal zu trennen zwischen Euro-Konten, wo ihr dann Spot kauft und solchen Future-Geschichten, wo man einfach Trading betreibt etc. Das würde ich immer trennen. Das ist mein Ansatz und das kann ich auch nur so empfehlen. Wenn ihr hier einfach Kapital auf die Plattform bringen wollt, dann macht das mit Stablecoins. Stablecoins könnt ihr einfach auf Spot-Börsen kaufen. Dazu habe ich auch einmal hier eine Tierlist in der Videobeschreibung, zum Beispiel Bitwavo mit den niedrigsten Spot-Gewöhren, aber auch Coinbase Pro sehr interessant. Da kann man Stablecoins gegen Euro für 0% Gebühren traden. Schaut da auch gerne in die Videobeschreibung rein und dann zahlt ihr entsprechend hier einfach ein. Habt dann euer Guthaben dann irgendwann drauf, wenn die Transaktion bestätigt ist und dann könnt ihr auch schon direkt loslegen. Wenn ihr unten in der Videobeschreibung auf den Link geklickt habt, landet ihr hier auf der Event-Page und ganz unten gibt es dann auch noch eine zusätzliche Anleitung auf Deutsch. Also für diejenigen, die das sich nochmal in Ruhe durchlesen möchten, wie man die Sachen anlegt etc. Da klickt ihr ja immer drauf und dann wird hier alles Schritt für Schritt auch erklärt. Also das ist auch sehr hilfreich. Wie gesagt, einfach auch hier auf der Event-Page mit dem Link unten in der Videobeschreibung. Kommen wir jetzt aber zu meinen Einstellungen, die ich in den letzten Monaten verwendet habe und wie man so eine Strategie hier anlegt. Ihr geht hier einmal oben auf die Futures, dann Futures Grid und dann landet ihr hier auf dieser Seite, wo jetzt gerade schon meine offenen Positionen angezeigt werden. Dieses Selbstexperiment, was wir gemeinsam gestartet haben und auch begleitet haben über die letzten Wochen und Monate. Hier oben rechts seht ihr dann einmal das Futures Trading. Wenn ihr darauf klickt, werdet ihr einfach ganz normal manuell Futures traden können. Also ganz normal, wie ihr es auch von anderen Börsen kennt. Und links stehen eben hier die Futures Bot und wir gehen jetzt hier auf Future Grid Bot und drücken hier einmal drauf auf Erstellen. Und hier können wir erstmal verschiedene Strategien einfach mal kopieren. Bullish oder halt hier auch Short oder Neutral. Wir haben ja wie gesagt Long-Positionen hier aufgebaut, also waren Bullish unterwegs und entsprechend hier auf steigende Kurse gesetzt. Was ich aber bei dem letzten Grid Bot gemacht habe, ist, dass man sich die Parameter hier selber festlegt. Wir haben einmal eine Preisspanne festgelegt und da können wir das Ganze auch hier bei der offenen Position an uns einmal anschauen. Wenn man hier auf die Parameter klickt, ihr könnt das gerne auch einmal screenshotten, dann seht ihr einmal die Einstellungen, die ich hier vorgenommen habe. Wir hatten eine Preisspanne von 45.000 bis 150.000. Das muss man natürlich jetzt entsprechend für seinen Geschmack anpassen. Man kann sagen, immer noch bis 150.000 hochlaufen lassen und nach unten irgendwie ein Support bei 65.000 als Beispiel. Das muss ich aber für euch natürlich entscheiden, wo ihr die Range seht für euch selber. Also als Beispiel, wenn man jetzt hier sagt 65.000 bis 150.000, dann würde das Ding hier automatisch in diesem Bereich laufen. Anzahl der Grids, also wie viele Linien nimmt man denn hier rein in dieser Preisspanne? Da haben wir 500 genutzt. Und dann ganz wichtig, man kann eine Extra-Margen auch noch für sich auswählen, um einfach noch mehr Puffer zu haben, falls es in die Gegenrichtung geht. Dafür haben wir hier einmal das Kästchen rausgenommen für automatische Reserve. Die tatsächliche Investition als Beispiel nimmt man dann 80%, irgendwie 8.000 Dollar oder 800 Dollar, je nachdem, was man da machen möchte. Und dann dynamischer Margenbetrag hier nochmal 200 on top, also 20% in dem Fall. So waren die Einstellungen, die wir da vorgenommen haben vor ein paar Monaten. Und das ist, wie gesagt, ziemlich gut gelaufen in den letzten Wochen. Vor allem, wenn es Korrekturphasen gibt, freut man sich sogar, weil der Bot ja dann automatisch die Dips aufkauft. Und so kann man sich ganz einfach so ein Bot einstellen und dann läuft das automatisch auch direkt los. Was ganz wichtig ist, das seht ihr hier unten. Wir hatten davor auch schon mal einen Bot hier hergestellt bei 65.000 US-Dollar. Da sind wir aber zwischenzeitlich aus der Preisspanne jetzt rausgefallen, weil wir nur bis 78.000 US-Dollar eingestellt haben. Und dann läuft der Bot einfach nicht mehr weiter. Der läuft wirklich nur in dieser Preisspanne, die man sich hier festlegt. Ganz wichtig ist zudem natürlich auch der Hebel. Also mit was für einem Hebel möchte man die Position aufbauen? Und auch das kann man hier beim Erstellen des Bots einstellen. Standardmäßig jetzt hier gerade drei eingestellt. Wir haben Fünferhebel genutzt. Man kann dann natürlich auch mehr nehmen, aber entsprechend steigt auch natürlich euer Risiko, euer Liquidierungspreis rutscht dann nach oben. Und das wird dann enger natürlich, wenn dann der Kurs gegen euch läuft. Zusätzlich könnt ihr beim Erstellen der Grid-Strategie auch direkt hier einen Stop-Loss euch aussuchen oder einen Take-Profit, also bis wohin der Kurs laufen soll, wo man Gewinne mitnehmen soll, die Position komplett schließen soll oder halt auch Verluste minimieren kann. Mit einem Stop-Loss. Und ganz unten findet ihr dann hier diesen Erstellen-Button und dann beginnt auch der Bot schon zu traden. Und da auch direkt mal der nächste wichtige Punkt. Als Beispiel jetzt hier in dieser Bitcoin-Position ist unser Liquidierungspreis bei 44.600 US-Dollar. Und der Liquidierungspreis rutscht auch immer weiter nach unten, wenn der Bot Profite einfährt. Also der gibt das automatisch der Margen hinzu und euer Risiko verringert sich dadurch, wenn ihr die Profite einfahrt. Was ihr dann aber auch machen wollt, wenn ihr nicht wollt, dass der Liquidierungspreis weiter runter geht, ihr könnt hier einmal auf mehr drücken, könnt dann hier den Gewinn freigeben. Also ihr drückt hier drauf, könnt hier einmal eure Gewinne freigeben und dann anschließend hier Investition hinzufügen drücken. Dann vergrößert ihr sozusagen den Bot. Euer Liquidierungspreis bleibt erstmal gleich. Aber so könntet ihr eure Position einfach noch deutlich weiter nach oben skalieren. Immer mit den Gewinnen weiter die Profite ausbauen. Wichtig ist dann einfach, dass ihr den Liquidierungspreis im Auge behaltet und nicht zu viel Risiko fahrt, weil ein ewiges Wachstum gibt es nicht und wenn es dann in der Korrekturphase läuft oder in der Gegenrichtung läuft, dann läuft dir natürlich dann Gefahr, dass dann die Profite dann auch wieder runter gehen. Was man auch nicht vergessen darf, ist natürlich die Steuerthematik. Wenn man sich die ganzen Transaktionen hier anschaut, wie viele Trades hier automatisch abgesetzt werden, muss man natürlich auch die Steuern entsprechend tracken. Dafür empfehle ich einfach, CoinTracking zu nutzen. Die haben hier einen Pionex-Import. Da könnt ihr einfach mit dieser Anleitung hier das Ganze euch anlegen. Auch dazu findet ihr den Link in der Videobeschreibung für CoinTracking als Beispiel auch 10% Rabatt für euch, wenn ihr das Ganze nutzen möchtet. Und wie gesagt, das solltet ihr in jedem Fall auch tun, weil ihr einfach so viele Trades macht. Das kann man gar nicht manuell tracken und dann fahrt ihr auf jeden Fall auch sicherer, was das Finanzamt betrifft. Zusammenfassend aus meiner Sicht kann man sagen, Grid-Trading ist auf jeden Fall spannend, weil wir gesehen haben, über die letzten Monate die Kurse outperformt. Auf der anderen Seite darf man die Risiken nicht vergessen. Beim Trading gibt es immer Risiken. Es droht immer ein Totalverlust, wenn es gegen einen läuft, in die falsche Richtung läuft. Vor allem dann auch, wenn es stärker in die Gegenrichtung läuft. Deswegen sollte man da immer vorsichtig sein. Jetzt nicht Haus und Hof darauf setzen, immer Risikomanagement auch entsprechend betreiben. So mache ich das. Habe jetzt aber auch privat nochmal einige Grid-Trading-Strategien nochmal zusätzlich aufgebaut und werde das hier weiter begleiten. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat, schaut gerne nochmal, wie gesagt, in die Videobeschreibung rein. Holt euch die Boni ab bei Pionex, falls ihr das nutzen möchtet. Wie gesagt, ihr könnt den Bot-Bonus einfach hier euch holen, nur mit der Anmeldung. Das Ganze einfach mal mit diesem Bonus testen. Damit unterstützt ihr den Kanal. Lasst gerne zum Abschluss auch eine Bewertung unter dem Video da. Schreibt eure Kommentare mit euren Meinungen zu diesem Thema. Würde mich echt interessieren. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.